Hey Google, schalte den Ofen ein 200 Grad und spiel ein bisschen Musik. Okay, der Ofen wird eingeschaltet. Wie wär's mit diesem Lied? Das Leben war nicht immer einfach, aber es hat sich in den vergangenen 100 Jahren sicher verbessert. Es begann in Schweden mit dem Traum, die schweren Staubsauger der damaligen Zeit zu verbessern. Elektrolux-Gründer Axel Wenner-Grenn revolutionierte die vorhandene Technologie und schuf den weltweit ersten wirklich mobilen Staubsauger für Privathaushalte, das Lux Modell 5. Für das einst kleine schwedische Unternehmen war dieses wegweisende Produkt ein Riesenerfolg. Bis 1925 wurden weltweit mehr als 250.000 Geräte verkauft. Von der Idee beflügelt, das Leben zu Hause zu erleichtern, konnte sich Elektrolux weltweit schnell einen Namen machen und expandieren. Ab den späten 30er Jahren setzte Elektrolux verstärkt auf Industriedesign und wurde rasch zu einem führenden Unternehmen der Branche. Die innovativen und zeitgemäßen Produkte mit ansprechendem Design stachen hervor. Im Laufe der Zeit gab es zahlreiche Fortschritte, wie die Einführung von Saugrobotern und Luftreinigern. Der Fokus von Elektrolux blieb jedoch immer der gleiche, ein sauberes und angenehmes Zuhause zu schaffen. Empfindliche Wollkleidung war schon immer schwierig zu pflegen und das galt früher, zur Zeit der Handwäsche, für alle Materialien. Als Elektrolux 1951 die erste Haushaltswaschmaschine lancierte, wurde die Kleiderwäsche revolutioniert. Die Waschmaschine kam sowohl in Privathaushalten als auch in der Gemeinschaftsnutzung zum Einsatz und erleichterte die Reinigung von Kleidungsstücken, verlängerte ihre Lebensdauer und war umweltfreundlicher. Im Laufe der Zeit gab es immer mehr Innovationen und als Elektrolux den Trockner mit Effizienzklasse A auf den Markt brachte, wurde dieser als erster mit dem goldenen Woolmark-Gütesiegel ausgezeichnet. Heute, mit einem breiten Sortiment an Produkten, die Wolle und andere empfindliche Stoffe pflegen, gehört Handwäsche der Vergangenheit an. Das Leben verbessern, das ist seit jeher der Leitgedanke von Elektrolux. In den 40er und 50er Jahren, als Frauen ins Berufsleben eintraten, entwickelte Elektrolux Küchengeräte, um die Hausarbeit zu erleichtern. Höchst innovative Geräte wie die Elektrolux Küchenmaschine und die Spülmaschine Round Jar revolutionierten den Haushalt. Der Kühlschrank dient heute nicht mehr nur zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, sondern hat unsere Essgewohnheiten, vom Einkauf über die Lagerung bis zur Zubereitung verändert. Mit Professionalität und Leidenschaft entwickelt Elektrolux auch heute innovative und nachhaltige Produkte. Sie helfen dem bewussten Konsumenten, das Leben zu Hause angenehmer und nachhaltiger zu gestalten. Von Kühlschränken ohne Freon über energieeffiziente Gefrierschränke bis hin zu Induktionskochfeldern und Backöfen mit Sprachsteuerung. Hey Google, schalte bitte das Licht und den Ofen aus. Okay, alles klar. Licht und Ofen werden ausgeschaltet. Wir machen das Leben besser. Seit 100 Jahren und auch in Zukunft. Biszeit 15 nemmere filondert. Für den Griffinen minut